Firmeltake ist ja vor allem für die Gamer-Gehäuse bekannt, für Gehäuse mit relativ martialischer Optik. Ganz anders fällt es beim neuen Soprano aus. Die älteren unter unseren Lesern erinnern sicher daran, dass Firmeltake schon vor Jahren Gehäuse aus der Soprano-Serie angeboten hat. Die waren dann zwischenzeitlich zum Programm verschwunden. Sind jetzt aber zurück, eben mit dem Mew Soprano, beziehungsweise der VO9000 Series. Das Schöne daran, es wird ein klassisches Design aufgegriffen mit dieser bekannten geschwungenen Fronttür, die aus Aluminium besteht, also auch entsprechend hochwertig sein sollte. Und das Ganze wird aber dann um zeitgemäße Features aufgewertet. Der Slogan hier, Just Mute It, verrät dann auch schon, dass Firmeltake hier auf der Seilenschiene fährt, das Gehäuse also vor allem durch eine geringe Lautstärke punkten soll. Das heißt, die Lüfter arbeiten mit moderater Geschwindigkeit. Und zusätzlich gibt es dann auch noch Dämmmaterial. Hier schön zu sehen. Ansonsten weitere Ausstattungsmerkmale natürlich wie ein zeitgemäßes I.O. Panel mit USB 3.0. Und nicht zu vergessen, im Deckel sogar einer Dockingstation für 2,5 und 3,5 Zoll Laufwerke. Ansonsten ein klassischer Miti Tower. Man sieht es ja schon im Paket mit reichlichen 8 Kilo normales Gewicht. Und hier dann auch weitere Spezifikationen, Laufwerksplätze, Lüfterbestückung. Aber da können wir dann noch nach dem Auspacken darauf eingehen. Das Gehäuse wird in zwei Farbvarianten angeboten. Zum einen natürlich in schwarz, aber auch in der Snow Edition in einem auffälligen Weiß. Und wie das dann in echt wirkt und ob das so schick rüberkommt, wie hier auf dem Karton. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Das ausgepackte Gehäuse kann tatsächlich halten, was der Karton verspricht. Das New Soprano macht auf den ersten Blick einen ziemlich hochwertigen und edlen Eindruck. Besonders natürlich die Fronttür. Dieses geschwungene Aluminium wirkt ziemlich ansprechend. Die Tür selbst ist dann auch recht robust. Wird von Magneten gehalten. Und ganz interessant hier innen ein Kunststoffträger mit Schrauben. Das sieht so aus, als könnte man das Aluminium Element vielleicht sogar auswechseln. Aber da liegen uns jetzt noch keine näheren Informationen vor. An Laufwerksplätzen gibt es vier Einschübe für optische Laufwerke und sogar noch ein für ein externes 3,5 Zoll Laufwerk mit ganz praktischen Blenden jeweils. Darunter der entnehmbare Staubfilter für den Frontlüfter. Und hier sehen wir dann auch den 20 cm Lüfter, den Firme-Take hier hinter der Front verbaut. Wenn man das gerade einsetzt, dann schließt das auch relativ problemlos. Genau. So. Ansonsten bietet die Front natürlich noch hier das I.O. Panel. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 und Audiobuchsen. Also eine vollkommen angemessene Ausstattung. Bedienschalter haben wir auf der Oberseite genauso wie das SATA Hotswap Dock für 2,5 und 3,5 Zoll Laufwerke. Die Seiten geschlossen. Bei einem Seilgehäuse wäre alles andere ja auch verwunderlich. Und der Blick auf die Rückseite macht dann deutlich, dass es also kein rein weißes Modell ist. Sowohl die Rückseite als auch der Innenraum sind schwarz lackiert worden. Rückseitig dann zu sehen der zweite vormontierte Lüfter, ein 120 mm Modell. Und darüber gibt es dann sogar noch Schlauchdurchführungen, so dass also theoretisch auch eine externe Wasserkühlung nutzbar ist. Ein dritter Lüfterplatz, allerdings nur optional, befindet sich im Boden vor dem Netzteil Lüfterplatz. Und wie wir hier schon sehen, beide Lüfterplätze haben einen großzügigen Staubfilter spendiert bekommen. Das heißt also, dass wir sowohl vorne als auch unten die Staubfilter leicht zur Reinigung entnehmen können und die Lufteinlässe gut vor Verschmutzung geschützt werden. Die Seitenteile werden von Rentelschrauben an ihrem Platz gehalten und sind natürlich recht interessant, weil wir hier den Dämmschaum haben. Durchaus mal etwas dicker aufgetragen, dieser Schaum. Klebt an der Stelle nicht ganz fest, aber ansonsten macht das so erstmal einen guten Eindruck. Die Materialstärke des Seitenteils ist eher durchschnittlich, aber an der einen oder anderen Stelle muss dann dort, wo der Rotstück angesetzt werden. Beim Innenraum hingegen finden wir doch positive Überraschungen. Es gibt hier also werkzeuglose Montagevorrichtungen für die optischen Laufwerke, die auch recht robust wirken. Für die Erweiterungskarten ja ohnehin durch die Rennenschrauben hier außen und auch für die Festplatten haben wir die Möglichkeit der werkzeuglosen Montage. Zumindest in der Theorie soll das so sein. Die Laufwerke werden dazu in diese Schubladen eingelegt, Gummiringe entkoppeln und dann wird das hier seitlich doch angeschraubt, so dass sich das also mit dem werkzeuglosen Montieren im Prinzip auf das Reinschieben der Schubladen beschränkt. Das ist also eine kleine Leitung, die die Firmen-Tag da bei den Wertenversprechen macht. Ja, Montagematerial hier im Beutel mitgeliefert. Dazu gibt es noch eine Bedienungsanleitung, die lag gleich außen auf dem Gehäuse auf, eher kompakt gehalten. Das heißt also bei den Beilagen beschränkt Firmen-Tag sich auf das Wesentliche, aber das ist beim Gehäuse in aller Wege auch in Ordnung. Kabelmanagement möglich. Der Abstand zwischen Tray und dem hinteren Seitenteil wirkt jetzt nicht gigantisch, aber das sehen wir dann in der Praxis, ob das ausreichend ist. Ansonsten hier natürlich der Bereich für das Mainboard, wahlweise ATX oder Micro-ATX. Das ist also typisch für ein Midi-Tower. Insgesamt macht das New Soprano damit auf den ersten Blick den Eindruck einer gelungene Neuauflage. Firmen-Tag greift hier also auf die bewährte Optik der Soprano-Serie zurück und ergänzt das Ganze durch durch eine durchaus zeitgemäße Ausstattung. Natürlich bleiben noch einige Fragen offen. Lüfter-Lautstärke zum Beispiel oder auch die Wirkweise der Montage-Mechanismen. Das alles werden wir uns dann in Ruhe nochmal für unseren Test ansehen und dann das Gehäuse noch einmal abschließend bewerten. Bis dahin also unseren ersten Eindruck in diesem Video. Alles weitere dann wie gewohnt auf hardwaredux.de zum Nachlesen.